Hallo, es ist Lihard 2004 und zwar gibt es heute wieder ein neues Lied vom Kanal WUMS, den kennt ihr ja wahrscheinlich, dazu habe ich auch schon glaube ich zum Ramborama Song ein Video gemacht und zum Thema Dinge, die ein Fan nie sagen würde und heute gibt es einen weiteren Song und zwar den Handspiel-Song, der wurde, ich weiß nicht, auch vor drei oder vier Stunden hochgeladen. Es geht halt, wie der Name schon sagt, um das Handspiel, da sind viele Einspieler von dem Favre, dem Dortmund-Trainer, da wie er sich über das Handspiel aufregt, Vergleiche von früher zu heute, wie früher, einfach wenn der Ball an die Hand kam, war es ein Handspiel und heute gibt es da ganz viele verschiedene Regelungen zu, der Ball springt an die Hand, die Hand war angelehnt, es war Handspiel, es war doch kein Handspiel, Videoschiedsrichter, darüber wird sich auch überall so ein bisschen lustig gemacht, am Ende kommt nochmal, wer ist schuld, Juan Bernat. Generell ist es eigentlich, ich weiß nicht, für diese WUMS, also die machen ja immer echt recht gute Lieder und es ist auch heute wieder ein gutes Lied geworden, es ist auf diesem Beat von diesem Senorita, ich weiß nicht von wem, ja auf jeden Fall dieses You Can Call Me Senorita, davon ist das, ja, das war es eigentlich schon zu diesem Video, ihr könnt das mal unten in der Beschreibung das WUMS Video abchecken und auch die WUMS Playlist und meine anderen WUMS Videos euch anzugucken, das war es von mir, wenn es dir gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal und ciao. Vielen Dank.